Du nimmst den ersten Was ist? Danke für die Vorbehandlung wenn ich schon da bin Was? Ich will Kaviar 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 Javier 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 Balachnarr Javier Balachnarr Javier Balachnarr Javier Brennst du? Sehr gut möglich sein Als ob man so eskalieren würde Als würde es sich einen Jackson mit so einem Regal Als würde es sich mit so einem Regal einen runterholen Das ist ein super Instinkt gerade kurz gesehen Durch ein Ultra Instinkt Jetzt wird ich sauer Jetzt wird ich sauer Jetzt wird ich sauer Jetzt wird ich sauer Nein Oh Nicht dieser Lasso Scheiß Doch hättest du spielchen online du hast sich das reinkommen wieso kippst du auch um ich spritz mich mit einem geilen saft junges darf ich schon wieder was essen gehen bei dir im lager ich wollte dich nur wieder beleben um mich nochmal zu killen bei dir im lager er haut sich mit dem regal wieder runter ist das stressbewältigung was war das für eine lache so richtig hochnäsig alle ficken kevin weißt du das nicht oder alle ficken kevin angelo ohne joke weiß ich nicht so ein wichser ich habe keine dings wieso darf ich nicht ich darf nicht warum hast du meine jacke an warte mal wieso hast du meine jacke an wieso hast du die tüte du schlumpier warte was war das zu das heißt away from keyboard du bastard du hast in irgendeinem rockstar game hast du irgendein vater ne kann das sein alter alter brain cancer ich mach nicht mehr irgendwas ja aber du kommst auf mich zu wie kann ich dich treffen wir haben jetzt fünf flöcher im bauch geschossen gottmode bitch naja ey das wäre geil wenn ich hier so gottmode bitch könnte dann haben wir so ja wir hören jetzt auf aber ich habe endlich mal das geschafft was ich die ganze zeit schaffen wollte mit der aktion ich habe mich nur aufgeregt du bist ausgerastet ich habe mich nur aufgeregt doch du bist geraged ich habe nur klar kopflose leiche fliehen los ich glaube die pilze kicken wen schießt er nicht schon wieder ab wen will er nicht schon wieder abknallen guck doch mal da am boden ich habe warum ist er gerade so abgedreht er dreht schon wieder ab die pilze kicken